Ich würde euch jetzt mal die Jungs vorstellen, oder? Ich fang mal ganz links an, also von euch aus rechts. An der ersten Gitarre aus Köln. Mr. Vichel Wienholz! Wir haben heute Abend zwei Barsisten auf der Bühne. Der erste ist gerade von der Bühne gegangen. Aus Essen, Lübzeit, ist das Svartilla. Der andere Barsistin aus Gersenkirchen. Aufgewachsen in Passen. Tobias Schüttler, ihr Barscher. Am Schlachtzeug, normalerweise mit ACDC auf Tour. Oder mit 17 Twins. Mr. Vichel, die Kau! Aus Müde, aber der Ruhe, der einzige Eingeborene unter uns hier. Aus dem Dorf. An der dritten Gitarre. Martin Ludwig-Hardin. Hallo, der in unser Schiff. Unser Subwriter. Unser Fahrer. Der alles hier immer besorgt. Meine Damen und Herren, der Piano, ein Wobel, das ist mit Schönen. Nichts auf Bastian Gorn. Und im Last but not least, der Mann, der heute Abend ein wunderbar gesungen Gitarre gesplittert. Von Anfangs, Dauer, Furcht, Dauer. Dauer, Furcht, Dauer. Ja! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020